Die Kirche ist heilig. Sie ist der Leib Christi. Ihre Glaubenslehre ist unverfälscht. Doch warum sehen wir das nicht, wenn wir in eine Kirche reingehen? Warum sehen wir keine Engel, sondern sündhafte und sündigende Menschen? Für viele Kirchenbesucher ist das eine Versuchung. Sie gehen in eine Gemeinde und werden dort mit Sündern, teils Unfreundlichkeit und Intrigen konfrontiert. Manchmal verhält sich sogar der Priester falsch. Nun, gehen wir dem auf den Grund. Zum Glück sind wir nicht die Ersten, die mit diesem Vorwurf konfrontiert werden. Denn sogar Christus wurde beschuldigt, mit den falschen Leuten zu verkehren. Als er Menschen besuchte, die für ihr unmoralisches Leben bekannt waren, beschuldigten ihn die Pharisäer. Und ihre Schriftgelehrten und die Pharisäer murrten und sagten zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündigern? Darauf erwiderte Christus, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die, denen es schlecht geht. Ich bin nicht gekommen, Gerechte, sondern Sünder zum Umgeisten zu rufen. Wenn Christus sich also mit Sündern traf, tat er es nicht, weil er ihre Lebensweise akzeptierte oder mitmachte, sondern weil er sie davon abhalten wollte. Das ist ja logisch. Um jemanden, der falsch handelt, vom Guten zu überzeugen, muss man mit ihm reden. Etwas, was in unserer heutigen Gesellschaft oft vergessen wird. Viele versuchen heute, ihre Meinung so laut wie möglich herauszuschreien. Und alle, die einer anderen Meinung sind, werden an den Pranger gestellt. Doch Christus sprach mit Menschen, wodurch er viele zum Guten bekehrte. Das passiert auch heute. Viele Menschen lesen die Bibel oder hören von Christus, lassen sich vom guten Weg überzeugen und gehen in die Kirche. Doch warum werden sie dort nicht heilig? Das werden viele. Doch nicht sofort. Denn Veränderungen brauchen Zeit. Wer schon mal im Fitnessstudio war, kennt es. Ja, es gibt dort ein paar Leute mit einem schlanken, durchtrainierten Körper. Aber die meisten sehen nicht nach Athleten aus. Viele sind übergewichtig, wabbelig, schwach. Denn selbst wenn jemand den festen Entschluss gefasst hat, abzunehmen und sportlich zu werden, braucht er dafür viel Zeit. Im Fitnessstudio haben wir also nicht immer Leute, die sportlich sind, sondern diejenigen, die sportlich werden wollen. Und so auch in der Kirche. Hier treffen sich keine Heiligen, sondern diejenigen, die heilig werden wollen. Der heilige Isaac der Syrer sagte, die Kirche Christi ist keine Versammlung von Gerechten, sondern ein Haufen Sünder, die Buße tun. Ein Haufen Sünder, der sich ändern will. Leider bedeutet das auch, dass diese Sünder ihre Schwächen und Unzulänglichkeiten mit in die Kirche bringen. Und mit diesen Sünden werden auch wir in unseren Gemeinden konfrontiert. Ist jemand habgierig, so könnte es sein, dass er sich auch in der Gemeinde habgierig benimmt und nicht, wie erwartet, bereit ist, mit seinen Nächsten zu teilen. Wenn jemand zornig ist, werden auch die Gemeindemitglieder von seinem Zorn abbekommen. Ist jemand hochnäßig, wird er einen arroganten Eindruck machen. Viererweise muss man sich eingestehen, dass wenn ich in die Gemeinde gehe, ich auch meine Schwächen mitbringe. Denn bist du heilig? Nein. Deine Sünden sind vielleicht anders als die Sünden deines Nächsten. Aber du bist auch ein Sünder. Und deine Sünden werden deine Brüder und Schwestern in der Gemeinde genauso stören, wie dich ihre. Doch das ist der Weg. Alleine schafft man es nicht in den Himmel. Ein anderer Vergleich ist der der Kirche mit einem Krankenhaus. In die Kirche kommen Menschen, die geheilt werden wollen. Und wie es in jedem Krankenhaus viele Kranke gibt, so auch in der Kirche. Leider trifft das selbst auf Priester zu. Denn Priester sind auch Menschen, die sich irren und sündigen können. Auf der anderen Seite muss man hier erwähnen, dass Menschen in der Kirche nicht genauso sind wie außerhalb. Denn auch wenn sie nicht heilig sind, bemühen sie sich doch, heilig zu werden. Sie hören jeden Tag das Evangelium, in dem Christus uns zum Besseren animiert. Sie arbeiten tagtäglich an ihren Schwächen. Oft kommt es vor, dass ein Mensch sich in der Gemeinde schlecht benommen hat und andere Gemeindemitglieder zu mir kommen und sich über diesen Menschen beschweren. Doch ein paar Tage später kommt dieser Mensch selbst zur Beichte und beweint seine Sünde, bereut, wie schlecht er sich benommen hat, entschuldigt sich bei den anderen und versucht es nicht zu wiederholen. Wir sollten das bedenken, nur weil jemand sich zu uns schlecht benommen hat, heißt das nicht, dass er ein schlechter Christ ist. Er hat sich von seinen Leidenschaften versuchen lassen, ja, aber er bereut es früher oder später und wird versuchen, sich zu ändern. Als Christen, die sich gläubig heißen und regelmäßig die Kirche besuchen, sollten wir immer in Erinnerung haben, dass wir die Kirche nach außen repräsentieren. Es sind nicht nur die Bischöfe und Priester, nach denen unsere Kirche bewertet wird. Es sind auch wir, jede einzelne von uns. So wie wir uns in unserem Alltag benehmen, bewerten andere Menschen unsere Kirche und das Christentum.